Das ist mein Lieblingsort, weil ich hier einfach sehr gerne mal kurz relaxen kann. Also wenn ich Pause mache, mache ich immer recht kurz Pause und hier kriege ich so richtig den Kopf wieder frei. An diesem Ort gefällt mir besonders gut die Landschaft, das Wasser, die Bäume und dass es hier eine Landschaft ist, die eigentlich nicht so ganz typisch ist, wie sonst auf dem Campus eigentlich. Im Moment habe ich leider relativ selten die Zeit hinzukommen. Ja, so ein-, zweimal im Monat vielleicht, wenn es hochkommt. Also fünf, sechs Minuten, also ganz Kleinigkeit, was essen und dann geht es normalerweise auch direkt wieder los.